Friends, es ist Hugo Battle 3.0 Wir haben diesmal einen unglaublich krassen Pool Wir haben 15 Leute oder so glaube ich Die mitmachen, 12, 13, 14, 15 Irgendwie so, es geht 100 Minuten Hugo kriegt für jede Minute, die er überlebt, 1 Sub aus dem Pool Und die anderen kriegen dafür 3 Subs Und die anderen kriegen dafür 3 weniger Für jede Person, die er kriegt, kriegt er 10 Subs Das ist so crazy Und wir sind das Kamerakind Auf ihn mit Gebrüll Er ist bei diesen rosa Bäumen Oh mein Gott Er purlt weg Erstmal mehr das Bogen Erstmal mehr das Bogen Er ist an Veni Wer Veni drückt Das war ein P-Gap Veni und P-Gap weg Das ist huge Man, die haben mit dem Boot die Arme Immer noch mehr das Bogen Da oben fliegt einer Richtung Kevin wieder Trifft ihr den Burtfall Der kam mitzitter Burtfall Kevins Base ist links Er geht meine Base hoch Ja, ja Was sitzt ihr hier im Boot? Wollt ihr mich verarschen? Woher ist dieser Stapel? Erste Wetter? Erste Wetter? Raus, Wieland Einsatz Raus, 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 Raus Zuck, Zuck, Zuck Zuck, Zuck Zuck, Zuck Boom Er popp mich Du hast keine Schuhe an Kevin Zuck, Zuck, Zuck Ohl in dir Ohl in dir Ohl in dir Ohl in dir Alles gut Alles gut Digga, die haben beide Turtle Master drin Jungen Beide Turtle Master drin Als Kevin dich selbst wüsste Das ist huge Zwei Turtle Master weg Ohne irgendwas Ja, aber alles heißt gut Hier Oberfläche ist sehr, sehr wichtig Wir brauchen Leute, die die Portale irgendwie up-aimt Ja, ja, up-campen Ja, das ist krass Vielleicht macht ihr das Nein, nein, ich bin dran an ihm tatsächlich Wir opfern uns Wir opfern nicht dran, noch bin ich dran Noch bin ich dran, noch bin ich dran Okay, okay, easy Stark, Mann Er geht runter, er geht runter Oh, er hat da gecrisselt, das ist ja huge gewesen Achtung, er hat, er hat so ein... Woosband, 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 geht doch nicht runter Mann, er wollte Christian probieren, das wäre so krass gewesen Leute, pass auf Ich bin an ihm dran Hinterher oder hinterher Alles gut, ihr könnt runterkommen Ich bleib mal hier oben Ich bleib mal hier oben, ich bleib mal hier oben zur Sicherheit Schade, Mann, schade Ich geb ihm Poison 2 Ich geb ihm Poison 2 Er hat Poison 2 Oh mein Gott, Poison kracht rein jetzt, glaub ich OP-Gap Bleib da, bleib doch da, du hast OP-Gap, Bro Wo ist der, wo ist der, Merde? Boah Woher hingepurlt? Fein Boah, stark Sollen wir Portale zubauen? Ja, ja Ihr alle einfach Pfff, Digga, diese Crystals Wär geil Gustav tot, hä? Schade, Gustav Zählt das als Ding? Wo soll der hin? Ich weiß nicht, ich glaub hier runter gepurlt Ja, das war's Da sind wir inkludiert, da sind wir inkludiert Woosband, woosband, woosband Hier unten, hier unten feiert er gegen Marcel Ich kann noch nichts machen Ist der tot? Schießbogen, schießbogen Er geht unter Lava, unter Lava, ich bin unter der Lava mit ihm 470 Minus 1,8 Ja, die sind im Lavasee drin, im Lavasee Da kann ich nicht hinterher Scheiße, da kann ich nicht hinterher Wichtig, Mann Wieland, sicher den Rand ab Er haut ab, er haut ab, er haut ab Er haut ab, oder? Er haut ab, er haut ab Wohlser hin, wohlser hin, wohlser hin Wohlser hin Aber passt auf, wir haben die Portale zugebaut hier eigentlich alle Wir haben den so gedraint, der muss jetzt schon Rüstung repairn, ne? Ja, Mann, du krieg ich am Arsch Ich schau aus dem Stream, der weint Der weint Bro, ich sag ihn, kann er holen jetzt Der ist fertig Hast du noch Steine? Tröste ihn, tröste ihn mal No joke, ich sag ihn, kann er nehmen Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Er ist wieder 339 minus Irgendjemand ist bei ihm, irgendjemand ist bei ihm Ich bin da, ich bin dran Minus was, sag die Kotze 360 minus 50 Ist er über der Decke, oder? Ach nein, da hinten Ne, 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 er ist immer noch nether Ich komm nether, Männer Wieland, ihr seid noch nether Ja, ja, wir sind im nether Ja, wir sind im nether Ist der unten in der Lava, oder was? Ist der unten in der Lava, oder was? Ist der unten in der Lava? Ist der unten in der Lava, ja Auf der anderen Seite, ich bin mir bei ihm Jetzt stirbt er, jetzt stirbt er Digga, ich komm die ganze Zeit, dass er stirbt Achso, Martin Oh, der Space Schade, 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 schade Äh, Space X Ja, same, same Gebt mal Quartz, Quartz, hallo Immer noch dieselben Quartz 370 minus 120 Oh mein Gott Oh mein Gott Bro, wir haben drained Ja, aber, ja, wir fangen ihn nach oben einfach Nein, Digga Das ist so kranker Damage of Space gerade Er ist hier sein, er ist gefurrt Dahinter ihm Wo, ja, ich nicht, du, es ist Akkos Aber ich sehe, ich sehe Ich mache das hier hinten Er furlt wieder weg Ach du, Wieland, Wieland, geh raus da, Wieland Du willst du, du bist, tu it Geht der schon nach oben, wieder schon nach oben Wieland, bitte, hier sind wir Digga, ins Gesicht, Junge Oh mein Gott Heiliger Bim Bam Ich geh nicht down, ich geh nicht down Er furlt nach oben, er furlt nach oben, er furlt nach oben Das ist so gefährlich für ihn Oh, er ist, er ist bei einem Portal in der Nähe Aber welches Portal ist das? Er geht hoch, er geht hoch, er geht raus Ich weiß nicht, ich weiß nicht Er ist auf der Decke, er ist auf der Decke, Kevin Wo, 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 wo Ich weiß nicht, ich weiß nicht Er geht wieder in eins rein, er geht wieder in eins rein Ich glaube, er geht wieder in eins rein Hat er, hat er, hat er Ja, aufpassen, da sind Fallen, hundertprozentig Ey, restockt, restockt, wenn ihr könnt, ne Was, was ihr... Aufstock, ja, ja, aufstock Digga, wie viele Hat er noch ein paar Perlen für mich? Perlen, 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 wir sind Nein Er ist in der Höhle, er ist in der Höhle, Jungs Oh shit, ich bin bei ihm Genau, 2500 Wer ist hier oben? Roma Romatri Mann, das ist so ein easy 1v1, komm Er ist, er ist gerade im Wasser Nimm irgendjemand von denen 1v1 Er geht Richtung Stege, Jungs Ich sag, Space nimmt er, Alter Er ist bei dem Bogen Und hinter ihm Ja, wo ist der Portal? 1v1 kann ja sowas reißen, glaub ich Egal gegen wen Er movt zu Stege jetzt Ja, er ist bei Space by Center Base komplett Beallt euch, wenn wir über eine Rage Oh, vielleicht Ding oben, ne Ja Er geht zu dem TNT Tower Ja Er ist jetzt, er ist jetzt, ähm Genau in seinem hässlichen Tower da Passt du auf, da oben In dem Wasserfall Okay, hier Da oben wird's richtig geil werden jetzt Ihr geht nicht da hoch Ich geh da hoch Ich geh da hoch Hier oben ist der Chat Er hat OP-Gap gefressen, er hat OP-Gap gefressen Lass wieder viel Bacher verteilen dort, oder? Er haut wieder ab, ne Ich bin hinter ihm, er rennt nur von mir weg Ich auch Crystalin, doch weg, Alter Romata, infant tot Romata, geh weg, Romata, bitte Nein, double, 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 double Yes Oh mein Gott Oh mein Gott Krasser Digga, Marcel auch fast tot Ey Schm Nein, nein Das darf ich nicht davon, what the fuck Oh mein Gott Geil, Alter Fucking geil Er ist ganz cool, ey Oh mein, oh mein Boah Er job, er job, er job Er ist rot, er ist rot Er ist rot, er ist rot Er ist rot, er ist rot Ich hab den weggespült, ich hab den weggespült Junge Ey Wo ist er, wo ist er, wo ist er Oben? Oben wieder oben Geil, Mann Geil, Mann, das folgt mich so, das ist zu sick Andere Richtung Space, hier Oh, reine Pfeile gehen einfach straight durch ihn durch Oh, ein Toten prockt Space Toten prockt Was macht der gerade mit denen? Oh, er fällt Er ist rot, er ist rot, er ist rot, er ist rot Trident wieder hoch, Trident wieder hoch Was macht der gerade mit denen? Nein, nein, das finde mir, ich bin rot gefallen Digga, der hat 36 Stars, Leute Der hat noch 3 Stacks Ja, ich hab noch 3 Stacks Er fällt wieder hoch, zweite Etage, Mitte wieder, Mitte wieder, Obby fällt Hinter ihm, ich geh da nicht, Obby, Obby bringt nichts Ne, Obby bringt, die hatte ich nichts Einfach Post beim Rüstung-Grain Ja genau, Post beim Rüstung-Grain Ja genau, Post beim Rüstung-Grain ist gut Ist er unsichtbar, unsichtbar Oh, boom Totem Hugo, Totem, 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 Totem 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 Das bringt nichts Ja, ja, einfach warten, chill Oh mein Gott, wird er braucht so lange für sein Totem Auf dem Obsidian seid ihr tot Das ist halt, das geht so schnell Geil, Mann Krank Ist das smart, einen Block hochzubauen Nein, dann bist du noch heftiger tot Dann bist du noch schöner tot Digga, wenn er Kevin hier oben Immer noch in der Base hier Er ist jetzt oben, er ist jetzt oben, er ist hier bei mir Kevin, alles gut bei dir? Er geht runter, er geht runter Er geht wieder runter Er frisst halt durch die Gaps, wir müssen einfach nur auf Zeit springen so Das ist okay Er hat nur noch 14, aber der hat schon 10 gefressen seit wir sind Pass auf, das sind genau Pass auf, das sind kaputt In zweiter, in zweiter Fahrt schon kaputt Nee, er geht runter Jungs, aufpassen, nicht reingehen Er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt Er fliegt, er fliegt, er fliegt Er fliegt, er fliegt Nee, nee, er hat Enderperle geworfen, oder? Hä, Romatra ist wieder da Zweimal, er geht hoch, er geht hoch, er geht hoch, er geht hoch Nee, er geht zusammen Er geht hoch, er geht hoch, er ist oben, ganz oben drauf, ganz oben drauf Ja Er hat Totem Master gepoppt, Achtung, nicht hinterher, wegen Totem Oh mein Gott, ich will War das sein Totem? Hi Kevin Digga, das war sein Totem Mann, er muss diese Totem schneller nachlegen Oh mein Gott Boah, Alter, er kommt wieder hoch Nee, er moved, glaub ich, jetzt weg Wer ist denn hier Invis mit XP-Buttons? Ich bin das, ich bin das, ihr habt nicht geinvisst Er kommt wieder hoch, euer vorne wieder, ne? Geht nicht auf dieses Obsidian, ihr seid instant tot, bitte Wirklich, aufpassen Ganz oben wieder, ganz oben Sonst streiten wir auch nach Obsidian zu placen Ja, aber ich hab diese Tränke nicht und er schon Weil ich dachte, ja Wie schnell muss man Totem da refilln? Instant, instant, instant Ich hab's nicht geschafft, rechtzeitig Du, am besten ist es, du hast Totem Offen und Totem in der Hotbar Digga, wessen war das? Er vor Oh, ich check, ey Hugo Totem, Digga Oh mein Gott, das wär von Mann, Totem, Digga Erstmal, Riole, erst mal Riole, bitte Riole, Lauf Bro, Mann Riole, Lauf Hey Digga, legit sein Totem Ding, sein Totem Game Er ist hier, er ist hier Er will Riole, er will Riole Riole, Lauf Bin weg Ich hab ihm Hint gegeben, dem Hund Schön Ups Digga Seid immer noch oben bei alle Safe Falle, Safe Falle, Safe Falle Safe Falle, 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 Falle Pass auf Ja, 100% Warte, 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 warte Ist er noch Obsidian, ist er noch bei Obsidian? Er ist bei Knöpfe, er ist bei Knöpfe, hier ist ne Trap, hier ist ne Trap drin Ja, hier ist ein Redstone, wir machen ein Hint rein Wini, Tintel, Wini, Tintel, Wini, spring das Ding hoch Er lag den da in die Luft, Wini Spreng die Scheiße hoch Er hat sich wegzifft, Digga, er hat sich nur wegzifft Achtung, Achtung, oh mein Gott Ah, er hat sich nur wegzifft Oh mein Gott Oh mein Gott Digga, da war gar nicht Setz mir der Verfänger von seine Base Spreng weiter, Wini, weiter Spreng weiter, Bro, I don't care Er ist in seinem Lager Oder wo ist das? Alter, Romatra ist zurückgekürzt, oder? Ja, ja, er ist in seinem Lager Ich hab mich Er ist in seinem Lager Ja, hier Er ist oben, er ist oben, er ist oben Nicht auf Riole, wir haben sie Hey, hör auf Hier unten ist er rein Hier unten ist er rein Nein, ich würd da nicht reingehen Der bombelt alles in die Luft da unten Da sind ganz viele Boote Der hat ja nicht außer Boote, oder? Ja, ne, ich hab schon das Safe trip, safe trip Lass sprengen Willst du auch springen? Na, ich weiß nicht Digga, Riole, gut gemacht, for real Dass du nicht gestorben bist, war gut Danke, Mann Er ist immer noch unten, sollen wir nicht folgen? Er ist unten, er ist unten Mach mal, spreng mal, spreng mal, spreng mal Soll ich spreng? Doch, 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 doch Spreng, 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 spreng Er hat Enderperle unten im Chamber, ne? Wir können ihn holen Wir können ihn im Chamber holen Oh mein Gott Ist schon alles gesprengt, ist vorbei, Hugo Lol, Hugo Sorry, Kevin Ist vorbei, Bruder Geh mal auf Alles gut, Bruder? Ich hör hier unten wirklich nichts Ja, es ist hier kein Saumel Oh mein Gott, Alter Hier, Attacke hier unten Christophie in Hugo's Base Wo ist er weg? Er geht runter, er geht runter Ich geh da sicher nicht ran Digga Hier nicht sprengen, hier nicht sprengen Hier ist es wirklich Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott Alter Was? Was passiert hier? Aber hat der das Gelbe überlebt? Das war ein Lagersystem Das war so gut Oh mein Gott Ich lebe noch, Bro Wie gesagt, warum rennen wir da runter Digga, ich hatte ein halbes Herz und Tote mal gepoppt Ey, das nicht alle Ey, er hätte noch so viel Wirklich, bisschen Lämm Es war so geil Er pölt raus, er pölt raus, er pölt raus Alter, es war so geil Digga, ohne Scheiß So viel mehr und er hätte fünf Oh mein Gott Oh mein Gott Hinter dir Aber so ist schade, dass nicht irgendwie, dass Marcel wenig Farbe oder so nicht gestorben sind Er hat halt jetzt nicht so keine Leute bekommen Genau, Space hat er bekommen Das ist huge Oh Digga Er hat das heute Morgen Offstream gemacht oder Heiko Einer von beiden Heiko war das glaube Aber er rennt jetzt halt die ganze Zeit nur weg Wo wir alleine sind Man hat sich übergeben Die haben das erst gemacht, was hat er? Man hat das erst gemacht, was hat er? Nein, man geht nicht dann von Offsetz Ich habe das ja geforkt Also, ja, ja, ok, aber wo genau und sowas Das meinte ich halt Ja, safe unterm Lager Warum soll er da reingehen? Ja, ja, ja Ich bin da rumgelaufen und habe gescoutet Er geht in den Nether Er geht zu einem Ausgang Oh, das ist smart Das ist übersmart Das ist übersmart Er sprengt TNT ins Portal rein Machst du ne Treppe Wenn das Portal rein sprengt Achso, gar nicht Du kannst mit Turtle reingehen Dann kriegst du kein Dreh So? Ja, ja, ich habe kein Turtle Ich bin gleich da sonst Ne, nur Seine Rüstung ist Seine Rüstung ist Seine Rüstung ist Seine Rüstung ist Ja, es wird wieder genau das gleiche wie ihr letztes Mal Auf diesem 1x1 Ich werde ihn da wieder naschen Kommt der Spawn oben raus oder wo kommt der raus? Ey, er kommt seine Er kommt seine Warte mal, hat er sein Bett gesprengt? Wir müssen nicht 5k sein Seine Base Wir sind noch da Ich glaube, er ist schon einmal gestorben Ist sein Bett und da brauche sein Bett ab Er kommt Spawn raus Er kommt Spawn raus Okay, okay, okay Dann müssen wir zum Spawn Nein, nein, nein Es wird nicht Spawn Es wird wieder Okay, dann ab Geht der Second End, Marcel? Ne, ich schnarche den gerade im normalen End Ich kommentiere für euch, was passiert Aber der wird safe Ich kann nicht mehr reden, Jungs Ich muss erstmal kurz ein Ja, ich sag was passiert Ich sag was passiert Passt einfach auf, ja? Kretz mal, lass Spawn gehen WD, was machst du? Gehst du Spawn? Ich bin in End jetzt gleich Okay, gut, dann geh ich Spawn Wenn man zweimal stirbt, zählt nicht, ne? Ne, 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 dann zählt nicht Also er bekommt nicht einmal Cash, glaube ich Er geht Spawn, er geht Spawn Ja, er Spawn, er Spawn, er Spawn Ja, ich will mir oben mit diesem Chip später anschauen, Mann Wir sind gleich da, aber Hugo Spulvie, hat jemand einen Clip aus seiner P.O.V? Hier dürft ihr nicht Hier dürft ihr nicht Es gibt keine Regeln Hier nicht Sprengen, hier nicht Sprengen Oh mein Gott Ah! 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 Er hat wieder gedreht Er hat wieder gedreht Dinger Hä? Oh mein Gott Geht er Spawn? Nein, er geht zu Eiko jetzt Er geht zu Eiko Was denn das will er bei mir? Was macht er bei mir? Richtung Stegi Richtung Stegi Alvila Lafongue, oder? Ja, er redet nur um Elektra Darf ich einen Tote Ich muss bei dir krysteln, Kevin, damit das Portal kaputt geht Was denn? Ich muss bei dir krysteln, es tut mir leid Wie bei mir krysteln In meiner Base Ja Ich hab dir Drogen genommen in der Base Ich hab dir Drogen genommen in der Base Nice, nice, gut Job Tut mir leid, tut mir leid, ich reparier den Schädel später Nee, alles gut Der Schädel, Bro Ja, Bro, der ist dein Portal Oh mein Gott, der Schädel ist weg Oh mein Gott Okay, ein Kill mehr Ein Kill mehr Ein Kill mehr Hä, was war das denn? Scheiße, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Da lang, da lang, da lang Er geht bei Norex rein Bei Norex Das nicht kaputt machen wir, wir müssen jetzt hinterher W, W, W Er ist im Netter unten Er wird uns Bad Bomben oder Krysteln dort Pass auf, wir sind zugebaut Einer mit ner Axt zuerst Nein, 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 nein Es ist strapped, es ist strapped Er geht weg, er geht weg Was heißt getrapped? Nein, er geht weg, er geht weg Er geht weg, er geht weg Aber man kommt dann mit Enderpelle trotzdem Wir gehen rein einfach Du kannst einfach abbauen, du kannst einfach abbauen mit der Hand Ihr könnt durch, ihr könnt durch Ja Ich geh zu Basti und Krystel da ein bisschen Heiß da, Junge Ich hab ihn eigentlich gedrückt Mach doch einfach ab, Junge Heiß da Heiß da, wann geht denn das? Wenn Hugo da Wenn Hugo low ground hat, dann ist Crystal Kragen Es wird sichtbar Wohin? Hier hoch ist er, ne? Richtung Süden, Süd-Osten gerade am Laufen ist er Ich müsste re-storm Nimm hier raus, nimm hier raus, nimm hier raus Nimm hier raus, nimm hier raus Nee, hier, hier Enderpelle Warte, 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 warte Warte, warte, warte Ich hab Panuri, äh, nicht zu viele Mach nicht zu viele Okay, weiter Süden, Süden Wow, Feister kann er doch nehmen, oder? Feister kann er doch auch und nehmen, Alter Heiß da, Feister soll er holen, Alter Scheiße, Priole, was machen wir hier? Man, Feister kriegst du, Bro Feister kriegst du Ja, guck dir an, Bro Ja, wir haben das Design lifted, sprich dir nicht gegen ihn Feister kämpft gegen ihn Feister, sag mal kurz hier an Feister, sag mal kurz, wir haben gepoppt Ich hab hier angepoppt Nehmen wir jetzt wieder alle da Set Oh, oh mein Gott, das wär so huge gewesen Hugo Das wäre so krank, gut. Oh, schade, Bro. Schade, Bro. Wo ist denn der Scheiter? Warum ist denn der Scheiter? Wir haben den Scheiter, Bro. Der Pearl, der Pearl. Wir müssen eigentlich alles chillen. Wir wollten Opsi, dass wir ihn einsperren können irgendwo. Hast du eine Ender-Chase? Wenn du einen End-Chase platzierst, kann ich Opsi holen. Komm, wir gehen zu meiner Base. Pfeifen nochmal, Couch futsch. Hier ist bei allen gerade. Die Bummen sicher gleich zu selber. Die Bummen sicher gleich zu selber. Kann er durch das Obsidian durchpurren oder was? Nee, aber oben drüber oder so. Ja, du kannst ihn durchwerfen. Wo ist deine Chest? Hier unten, Bro, hier unten. Warte, ich gebe dir, probieren sie einfach mal scheiß drauf. 16 Stück. Mehr habe ich nicht, aber keine Ahnung. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? In der Lava, in der Lava, in der Lava. Er Pearl, er Pearl, er Pearl. Sagt Hugo, ich kann ihn nicht zurückholen, okay? Ich kann ihn nicht zurückholen, aber er weiß, wo Enderperlen sind. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich kann ihn nicht holen, aber er weiß, wo Pearls sind. Unter der Lava, in der Lava, in der Lava. Veto schreibt Punkt, das hat was zu bedeuten. Irgendwas ist aktiv. Oh oh. Ja, der hat im End, im End hat er eben versucht eine Falle zu bauen. Veto da unten. Ja, ja, Veto, Veto, ja, ja. Oh, 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 Vini, 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 wo? In der Lava, in der Lava. Veto ist eine Snitch. Ja, Veto ist wirklich eine Snitch. Der ist in der Lava, Vini, der geht hier vorne, hier vorne, vorne, vorne. Der ist hier vorne, vorne, bei mir, bei mir, bei mir. Sag immer kurz bitte. Es geht nicht, ich bin hier gerade am Boxen. 700 Mullen. Bitte, Bravo, pass auf. Obacht. Oh mein Gott, Bro. Oh, Digga, huge. Jürgen, die Crystal Strain halt so tot, oder? Oh, close, Digga. Oh mein Gott, Pfeiffer. Sorry, mein Bad, mein Bad, mein Bad. Er hat fast einen, er hat fast einen verloren. Er hat 6 auf Flick, also. Ich bow ihn hier einfach, ich bow ihn hier einfach. Bleib dran. Ach so, nicht mich, bow ihn, ich bin low. Ja, ja, alles gut, bow ihn. Er wird purlen, er wird purlen, er wird purlen. Er purlt, er purlt, oder? Ja, er hat gepurlt. Okay, sie haben ihn verloren, er hat Zeit. Ich bin bei ihm. Ey, wie lang geht der Timer? Wie lang geht der Timer? Wie lang geht der Timer? 100 Minuten, 100 Minuten. Ja, aber wann ist... Vorbei? Jetzt ist es halbzeitig. Ey, es dauert noch so lange, ne? Es ist... Digga, das ist so krass, dass er jetzt erst halbzeit ist, Alter. Ich muss, glaube ich, kurz erstmal Heiko ausschalten und deinen ganzen Stuff burnen. Ja. Spaß, ja, Spaß. Nee, kein Spaß. Kein Spaß. Es ist wirklich eigentlich an der Zeit. Es ist wirklich an der Zeit so langsam. Also, Heiko ist mir hier, spielt mir ein doppeltes Spiel, die doppelte Zunge. Er muss da immer fallen. Er geht schon ausgehangen, oder? Ja, ich hab Probleme, Leute. Ich brauch Hilfe. Oh, Schmörle, Alter. Oh nein, Merle. Sag kurz, Merle. Sag kurz, Merle. Äh, ist vorn. 340 Minuten und dann 66. Bleib da, bleib da. Ey, na, Schmörle. Drei Kissen richtig. Chat, drei Kissen richtig. Ich bin bei dir, Merle. Av, soll ich hier warten, oder? Ja, komm. Ich glaube, ich geh in Nether. Merle, bleib da, bleib da. Du bist der Lockvogel, ich hol ihn. Glaube ich smarter. Er hat zwei Leute doppelt getillt, deswegen. Das ist schön. Ich bin da, Merle, kannst gehen. Ah, Digga. Er hat noch OP-Gap in Tusk. Ja, komm her, Hugo. Digga, dann nochmal einen direkt. Mach doch Crystal. Oh nein, Hugo ist so unter ihm. Er muss low drop. Unten, unten in so einer Ritze. Es ist richtig pervers gerade. Richtig eng und so. Ich hör die ganze Zeit die Explosionen, Alter. Ja, unten. Irgendwo, ähm, 319 minus 204. Merle, nein, Merle. Das ist falsche Ecke. Merle, du bist tot, oder? Ja, Merle ist down. Merle, perl dich raus. Merle, perl dich raus. Okay, geht nicht, geht nicht. Ich bin 1 AP. Habt noch Tote. Ja, unter uns, unter uns, unter uns. Ach, schade, Digga. Merle spielt ohne Cooldown. Ach, schade, Mann. Ist ja. Er findet mich auf. Er findet mich auf. Er findet mich auf. Hol dir Merle, hol dir Merle, hol dir Merle. Hol dir Merle, hol dir Merle, hol sie dir. Merle, hol dir Merle. Merle die ganze Zeit. Ich Merle töten, ich Merle töten, ich Merle töten. Nein. Nein, 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 nein. Oh, schade, Digga. Oh, schade, Digga. Sag mal, ich komme. Ich brauche einen neuen Tote. Schade, Digga. Er findet mich aus, Digga. Koordinaten, Koordinaten. Komm, komm, komm. 370, 40, minus 180. Bitte, Hugo, bitte, bitte, bitte. Er wird anders genascht. Hier ist Merle, ich bin gerade. Hast du neue Dings? Ich brauche einen Tote im Vini. Irgendwie machen seine tote Dings keine Damage, Digga. Er macht mir keinen Damage. Nein, oder, Digga? Ja, schön, dass ich da habe, der Hugo. Wie geht es gerade auf der Hugo? Ich bin auf der Hugo. Auf der Hugo. Die Kohls rutsch diesmal, war krass. Auf der Hugo. Auf der Hugo. Auf der Hugo. Die Kohls waren insane diesmal. Ich habe Merle wieder. Alles gut, Mann. War das wieder eine Peel? Nee, war normal, okay. Merle gut gemacht, for real. Das Schlimmste ist, wenn ich jetzt alleine gegen Hugo fades auf einmal. Sari. Er ist tot. Er holt Priesen den Kill und holt sich nicht mehr Subs. Oben seht ihr auch die Subs-Anzeige. Er geht tot. Die wollen wir ihm nicht schenken, deswegen. Rhys, du bist nicht gemutet. Rhys, erklär doch wissen wer. Ich gehe in Netherdecke. Ein Netherdecke, ich bin hinter ihm direkt. Wer ist hierhin bist, wer ist hierhin bist, wer ist das? Ich bin das, ich bin das. Ich töte Merle, ist mir egal. Wenn er die Leiter hochkommt, ist er tot. Nee, ich habe ihn nicht mehr verloren. Ich habe ihn gesehen gehabt. Wenig? Hier drüben ist er. Meine Augen sind noch oft gehabt. Hu, kriegt jetzt schon mehr Subs? Ja, das ist geil, Mann. Hu, kriegt jetzt schon mehr Subs? Das gehönt ich ihm, Bro. Hier sind die Brees. Was sagt Delta, wo der Aufgang ist? Weiß er, der weg ist. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 216-177-177. Er purt wieder, er purt wieder, er purt wieder. Ja, ja, ja. Wer ist der? Der ist bei mir? Oh nein, Digga. Merle wird wieder massiert, Mann. Wo seid ihr? Okay, komm, jetzt hat er Merle, Alter. Jetzt hat er Merle. Turn, turn, turn. Komm. Hugo, voll drauf. Bleib bei Merle, hol dir die Subs. Hol dir die Subs. Hol dir die Subs. Ja, hab ich. Der wird immer nur auf dich gehen jetzt. Nein, Digga. Mann, ein Herz. 312 von 80 minus 160. Er purt wieder weg. Aber er ist noch unter der Decke, ne? Ja, ja, er ist die ganze Zeit drin. Ich muss überleben. Bitti, Bitti. Wo ist er, wo ist er? Hier vorne? Ja, hier vorne. Ich bin da, alles gut, alles gut. Wir sind da, wir sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Da hat er die OP gefahren. Sane, wichtig. Ich weiß, wer der Enderste bist. Er hat die Rüsten gechangt. Er denkt, er ist der schlauste Spieler der Welt. Aber ich bin so auf ihm geaimgelockt. Das ist wie bei diesen alten Kinderspielen. Wer bist du? Wer bist du? Ich brauche unbedingt den Tee da, Digga. Tee, Achtung. Halbwegs, Tee. Der hat eine Diahose an, der hat eine Diahose an, Jungs. Hä? Die Diahose. Der hat wieder Equip. Er denkt, er wäre der schlauste. Er rennt immer noch. Er ist über low. Er ist über low. Oh mein Gott, Digga. Wie knapp. Er wird ja fast gestorben. Oh mein Gott. Er will Enderpellen. Er will Enderpellen. Mann, was macht der da? Er macht den Tee weg, weg, weg da. Ich brauche... Ey, R4, R4. Hast du XP-Bottles? Nee. Und hier hoch. Digga. Er ist raus, er ist raus. Er ist raus, er ist raus. H Backspure. Nein, kein Krids. pasiker zu Enderpellen. Er muss Ostacken, er muss Ostacken. Er ist irgendwo in der Laber. Was macht der? Er hat Rüstung gewächselt, er hat eine blaue Chestpet an. Hier machen wir ihn kaputt! Wir haben ihn. In der Laber drin, ne? Gäll doet jetzt aufhören, Hugo. Caddy in der Laber hat er gar keine Mist. Was brauchst du mehr? Er schafft es, er schafft es, er schafft es. Ne, nicht leider so. 190 minus 340 mitten in der Lava. Wir gehen grad in so ne Schlucht rein. Er hat keinen Enterprise. Ne, ne, der frisst nur noch Äpfel jetzt. Chorusfrüchte vielleicht weg zu gehen, aber haut leider raus. Das war's. Das war's, glaub ich. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Das war's. Bei wenig, oder? Nein, zwei, drei, drei, drei. Er versucht das Lava weg, mach ich das Lava weg. Kein OP-Werf, Jungs, kein OP-Werf. Kein OP-Werf. Aber totem Poppen ist gut. Aber er hat Pearls, er hat Pearls, oder? Egal, juckt, 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 das war Worth. Aber er hat jetzt nie wieder Pearls, das sind die letzten Pearls. Ich hab alle Pearls eingesammelt, by the way. Das war so Worth. Wie viel hat der noch? Er ist raus, er kann sein, er kommt. Wie viel hat der bekommen? Eins, zwei, drei? Ich glaub, da hinten, ja, da hinten. Wie schnell ist er jetzt? Er geht hoch, er geht hoch, er geht hoch, er geht in der Decke. Jetzt können's vorbei sein, Chat. Er geht Heiko, er geht Heiko, er geht Heiko. Oh nein. Heiko, ich töte Heiko jetzt. Ich muss kurz Heiko töten. Wollen wir Heiko das Portal wieder anzünden, dann können wir zu ihm? Ja, ja, zünden Heiko das Portal an, dann zünden wir ihn an. Ja, hat der, hat der Feuerzeug? Er ist im Loch, er ist im Loch, er ist im Basti-GHG-Loch. Egal, der wird zu Heiko gehen, der wird zu Heiko gehen, oder? Ja, mach an, hat keiner Feuer? Ich bin bei Heiko, keiner teuer. Ich würde ihn nicht töten, Jungs. Heiko steht auf Klan der Base, soll ich ihn krystlen? Nein, 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 nein. Er ist Basti-Loch, er ist mein dicken Basti-Loch. Soll ich ihn krystlen? Er wird sich mit Pan dahin? Er wird sich mit Pan zu Heiko? Hä? Was will er bei mir? Er geht zu Heiko Space, oder? Ja, er geht zu Heiko, er ist gleich bei Heiko. Ich bin da. Meine Base ist leicht rauen, Alter. Achso, vielleicht wird er Kisten, oder so. Bei Heiko? Bei Heiko Space jetzt. Ich bin auch, da ist kein Hugo, da vorne ist jemand. Unsichtbar ist der Hugo? Unsichtbar Hugo, unsichtbar Hugo, unsichtbar Hugo. BOOM! Tankstelle, David! Zick, zick, zack! Ey, Tankstelle! Nein, wirklich, mach Heiko Space kaputt. Mach die Baumform kaputt. Dinger? Heikos Imposter. Mann, ist das ein Opfer, Alter. Ja, Heiko hat das verdient. Oh mein Gott, Bro. Man, das ist jetzt wieder eine halbe Stunde lang hinterherrennen und im Enderplan werfen. Ich kann nicht mehr. Ich krieg keine 400 Subs. So ist es heiße. Er geht zu seiner Base, oder? Ja, er geht zu seiner Base. Jetzt mach ich die Base kaputt. Nein, Rihola geht da weg. Egal wer, ist richtig geil, man fang ihn ab, haut drauf. Bei Rihola. Ey, pass auf, pass auf, geh lieber weg, geh lieber weg. Geh voll rein. Okay, er ist echt... Jetzt geht er rüber, wieder zu Obsidian Boden. Da poppt er die meisten Totem. Ja, da bin ich nicht. Oh, ist doch Turtle Master, ne? Hugo, bitte refill deinen Totem, Digga. Kein OP, get refill deinen Totem. Und jetzt... Und jetzt wird wieder gerannt. Yeah, yeah, yeah. Bist du grad drunter gefallen, oder war's zu hoch? Digga, warum ist da einer nur Pügel? Oh, Bro. Nächstes Mal ohne Enderperlen, Saga. Kommt der hoch, kommt der hoch? Nein, nein, ohne Enderperlen, lame. Ja, aber irgendwie begrenzend, weil wir die ganze Zeit nur perlen, hin und her, hin und her, das ist... Ja, okay, aber es ist halt auch fest, wenn ich auch alleine bin. Ja, ja, eben alleine. Gehen beide gerade Turtle Master drin, Bro. Wenn du Eier hast, gehst du mit drauf, Hori. Soll ich hochgehen? Er ist runter, er ist runter, Totem Bob. Hugo, du brauche echt hin. Du musst diese Totems besser können, Mann. Das wird geil. Aber dann ist vielleicht Basti sauer auf dich. Marcel und Fabo spielen jetzt halt Turtle Master und Yono mit Küsse. Digga, Martin steht hier mit Full Tier, Digga, der Bistrech mit Traik ist ausgeübt. Schnauze, schnauze, mach mit! Du kannst fünf Küsse tanken, nicht juckt. Oh, Mann. Bin ihr dabei! Reicht ihr das eh die Diasachen von Hugo, die ich geglaubt hab? Oh, yeah. Weißt du, hab ich runtergenommen, Schere? Mann, ich sag hier, jetzt geht er drauf, Alter. Geh wieder hoch, geh wieder hoch. Welche Seite ist es? Er ist ganz unten, ne? Er kommt wieder hoch, Mainweg hoch, oder? Er ist oben. Ja. Reole, pass auf! Digga, du Totem, 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 Totem! Refill doch bitte dein Totem! Oh mein Gott. Ah, Digga, kommt da nicht rein, Alter. Bist du schon am End gewesen, Stronghold? Nee, ich bin nicht rein, ich bin nicht rein. Ich hab nur Overworld zugebaut. Erst mit dem Quartz vom Portal haben. Ich bin auch in dem Herz. Ey, was ist mit Drachen respawn, dann ist das stuck im End? Oh mein Gott, das ist überkrass! Oh mein Gott! Mach das, mach das, mach das! Ich hab vier Endcrystals! Dann lass ihn rein und mach das! Er geht nach oben, er bohrt sich hoch, er bohrt sich hoch! So, das ist jetzt erst ein... Aber oben abfangen, oben abfangen, oben abfangen! Ich bin genau übergeben. Kannst du Koordinaten sagen, Marcel? 1770 minus 180. Spielen die mit Map, wo man Spieler sieht? Wie können sie denn direkt... Space vorhin auch! On me, on me! 1 zu 80, fertig jetzt! Oh mein Gott, alle da! Er ist da, er ist da, er ist da! Er will rein, er will rein ins End! Er kann denn da so rein? Jetzt Ende nach, Ende nach! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Geh rein, ist mir alles egal! Oh mein Gott! Er ist tot! Er ist tot! Das glaube ich nicht, Alter! Oh mein Gott! Ich hab letzten Hit gegeben, sag ich! Ich bin tot, Alter! Ich glaube... War das Vethos Falle, oder? Er ist nicht wegen mir gestorben! War doch gar nicht so schwierig, oder? Geile Falle! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du ihn gebacksteppt, Vethos? Nein! Ich chill die ganze Zeit hier und warte, bis er reinkommt! Vethos ruft nicht live! Es ist so respektlos! Ich schwöre, Mathe, das fehlt ein Thema, mein Gott, was dir so runterpulscht! Jaaa!